Ja, was ist, wenn du wirklich betroffen bist von harten Cybermobbing-Attacken? Was könnte so ein erster digitaler Notfallplan sein? Das Wichtigste in so einem digitalen Notfallplan ist, erst mal Beweise sichern. Weil es tut weh, wenn wir blöde Kommentare kriegen und wir haben dann die Tendenz, die gleich zu löschen oder den Post zu löschen, wo blöde Kommentare drunter stehen. Sicher erst die Beweise, weil wenn es weitergeht, kannst du es nicht beweisen, dass du fertig gemacht wirst. Und dann schaff dir ein bisschen Ruhe, so ein bisschen Abstand. Und fang an, die Leute zu blockieren. Fang an, die Leute zu melden, die dich fertig machen. Schalte vielleicht auch dein Profil auf Privat und deaktiviere die Kommentarfunktion, dass du erst mal so ein bisschen Ruhe hast. Es ist natürlich, wir wollen sofort auf blöde Kommentare reagieren, aber das ist, was die Angreifer und Angreiferinnen wollen. Wenn du wutentbrannt reagierst, wird es gegen dich verwendet. Wenn du aber auch emotional reagierst und sagst, hört bitte auf damit, kann es auch gegen dich verwendet werden. Insofern erst mal wirklich tief durchatmen, nicht gleich antworten, die Leute erst mal blockieren, die Posts melden. Wenn Bilder veröffentlicht wurden, die du gar nicht wolltest, dass die veröffentlicht wurden, meldetest den sozialen Netzwerken, Facebook, Instagram, wie auch immer. Dann hast du erst mal ein bisschen Ruhe. Und dann gibt es natürlich noch die Emotionalität. Das tut total weh, blöde Kommentare zu kriegen. Und ein Zeichen dafür, dass es zu viel ist, ist dieses Grübeln. Ich nenne es Gehirnchaos. Es geht nur noch darum, was habe ich gemacht? Oh Gott, es ist total peinlich. Ich fange an schlaflos zu sein. Ich habe gar keinen Appetit mehr. Ich will überhaupt nicht mehr in die Schule. Und das ist ein Zeichen, dass es zu viel ist. Und das ist ganz wichtig, dass du dich jemandem anvertraust. Wenn es gerade nicht die Eltern sind, denen du vertraust, dann such dir Freunde, Freundinnen, Cousins, Cousinen, vielleicht auch Onkel und Tanten, Leuten, denen du vertraust. Du kannst auch Lehrkräfte ansprechen. Du kannst aber auch sozialpädagogische Fachkräfte ansprechen, dass du erst mal damit rauskommst, dass du es öffentlich machst und dass dir dann geholfen werden können, dass du Beistand hast, weil du musst es nicht alleine aushalten. Und wenn es wirklich ganz, ganz hart ist, dann schalte die Polizei ein. Das ist so der erste digitale Notfallplan. Beweise sichern, die Leute blockieren, melden, dich jemandem anvertrauen und in harten Fällen die Polizei einschalten.